Herzlich Willkommen zur nächsten Base und heute hat Elias einen Zeppler-Lufite mit dabei. Richtig klasse. Allein der Killsquad am Anfang nimmt hier schon die viertelste Base raus. Ein riesen Loch drin. Wie will man das machen? Schaut es euch an. Der Skattershot, die Clanburg und die Queen zusammen. Das heißt natürlich, dort kommen die Blitze hin. Und man muss sich am Anfang schön Zeit lassen, bis die Queen genau dazwischen steht. Zwischen Skattershot und der Clanburg. Und erst dann, und wirklich auch erst dann, werden die Blitze geschmissen. Dass wirklich die Queen rausgeht. Der Beben drauf natürlich, dass die Clanburg fällt. Dann kommt man hier von links mit einem Yeti und einem Magier dahinter. Oder, oder, oder. Man kann da hier viele setzen. Wichtig ist, dass der Yeti da reingeht. Auf der rechten Seite kommt dann der Royal Champion rein. Natürlich auch mit einem Magier dahinter, dass da aufgeräumt wird. Und dann sollen hier King und Queen von oben, von der Mitte quasi von 12 Uhr Richtung Skattershot reingehen. Dafür hat er acht Mauerbrecher mit dabei. Also einsetzen, warten, drei Sätzen, warten, drei Sätzen, warten. Dass hier wirklich die erste Reihe aufgeht. Eventuell sogar die zweite. Und man kriegt den Adler mit raus. Das wäre im Traum. Muss natürlich die Queen auch das machen, was sie soll. Dann kommt der Lava Lumpard von 9 Uhr natürlich rein in die Base. Runtergezogen Richtung 6 Uhr. Einmal schön rumfliegen. Auf die Feger achten. Die Fegen genau in diese Richtung. Ganz wichtig. Vorsichtig sein, wenn man dann so reingeht. Und dann kommt, wie gesagt, noch der Zeppelin rein Richtung Rathaus. Rathaus soll das Rathaus rausnehmen. Mal schauen, ob das diesmal bei Elias klappt. Haben ja schon einige Fights gesehen, wo das mit dem Zeppelin nicht ganz hingehauen hat. Wir sind gespannt. Wir schauen uns jetzt aber erstmal den Fight an. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Los geht es hier mit dem Fight. Und in dem Moment, wo wir zuschauen, wie Elias wartet, will ich euch natürlich mal wieder daran erinnern. Liken und Abonnieren, das wäre ein Traum. Besonders die Abos freuen mich wirklich sehr. Sind ja in letzter Zeit wirklich hochgeschossen. Dafür danke an alle, die auf Abonnieren gedrückt haben. Wie gesagt, jetzt kommen hier die Blitzzauber auf die Queen. Das geht ja schon, das raus. Die Queen ist raus. Was will man mehr? Der Bebenzauber hinterher. Die Clanburg raus. Jetzt von links hier. Einen Loon und einen Babydrache. Wie gesagt, kann man handhaben, wie man will. Man kann auch den Yeti erst spielen und dahinter ein paar Magier setzen. Muss natürlich dann unten auf die Kanone achten. Aber der Babydrache holt auch nur zwei Gebäude raus. Also kann man hier, wie gesagt, auch andere Truppen nutzen. Auf der rechten Seite, wie gesagt, kommt dann der Roy rein. Soll hier etwas freimachen mit einem Magier dahinter. Das funktioniert richtig schön. Ich hätte jetzt schon angefangen, hier mit den Mauerbrechern reinzugehen. Aber er wartet hier etwas lang. Was hier darf zusorgt, dass der King nach rechts läuft, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt müssen hier die restlichen Mauerbrecher kommen, um hier weiter reinzugehen. Aber der Royal Champion ist so richtig gut am Werkeln, am Adler. Also geht die Queen da leider nicht rein. Das heißt, das Rathaus wird nicht rausgeholt durch die Queen. Die Mauerbrecher haben ihren Job super gemacht. Der Royal Champion definitiv auch. Die Queen kann jetzt hier noch schön auf der rechten Seite aufräumen. Natürlich wird sie dann der Single irgendwann rausnehmen. Aber das ist nicht das Problem. Eine riesen Tat schon. 40% der Base sind raus. Jetzt kommt erst der Lava Loom Part von der linken Seite, wie gesagt. Der Zeppelin hinterher, um hier gegen das Rathaus zu ziehen. Man muss dann da wirklich achten, dass nicht zu viele Truppen hier durch den Royal Champion rausgenommen werden. Aber die Lava Hunde, Welpen natürlich, die machen alles wunderbar hier. Was ist in der Clanburg drin? Sensationell. Die Goblins, die holen hier das Rathaus raus. Der Lava Hund aus der Clanburg schützt dann auch die Loons, die jetzt hinten raus noch gesetzt werden. Von 6 Uhr, um dann Richtung Single Inferno Richtung Warden zu ziehen. Mit einem Eil noch drauf, ist dann auch das kein Problem. Und dann hat man eigentlich nur noch hinten den Magierturm und die Luftabwehr, die hier irgendwas ausrichten können. Und hier schön nochmal den Frostzauber drauf. Ein paar Minions rundherum gesetzt, um alles auszuräumen. Und das war es dann auch schon. Elias hat ja einen Top Fight hingelegt. Richtig schön. So muss es sein. So viele Truppen, die hier noch am Leben sind, haben natürlich die restlichen Verteidigung keine Chance. Und da sind auch schon die 3 Sterne gefallen. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wie immer, bis zur nächsten Base. So viele Truppen, die hier noch am Leben sind, die hier noch am Leben sind, die hier noch am Leben sind.